Musik Die Dame Die Dame Von da her oben schießen wir drauf Ja, schau, bewegt sich gerade Sie sieht nur ich nicht mehr, aber sie sehe ich Ja, aber die muss den Weg nehmen Sie geht den direkten Wir müssen da leider ein Stück runter Ja, pass noch auf, irgendwo ist ich auch noch Da kommt die ja Okay Die gehen nicht den direkten Weg, die müssen wir locken Huch Ich feige Nuss Mhm Oh, die werden absaufen dort, gell? Ich weiß nicht, ich kann das nicht sagen Lass mich mal Oh, oh, oh Gerade einer getroffen von den beiden Okay, ich glaube, er hat mich jetzt findet in Aufgang, oder? Nicht ganz Oh Der hat mich wieder getroffen Und sie auch Oh Oh, du hast gehe das euer Leben weg Oh Er fällt wieder runter So Jetzt muss wieder einer gehen Ja, warte, ich gehe wieder Bleib du hier oben Okay 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 Okay, jetzt hängen sie beide an dir, dann hole ich jetzt einmal ihn rüber Mhm Mhm Sie bleiben nur immer an dir Dort, wo sie jetzt sind, da schwimmen sie Okay Hole ihn einmal Sie verdrückte mir Ich bin nicht einmal mehr dazukommen, dass ich ungeschütter das Schild habe Ich bin nicht einmal mehr dazu gekommen, dass ich ungeschütter das Schild habe Okay, auch sie ist jetzt, äh, betäubt Ja, das ist mit der Wegfindung Ich bin nicht einmal mehr dazu gekommen, dass ich ungeschütter das Schild Kacke Ja, das habe ich mir schon gefällt Jetzt habe ich mir schon gefällt Ach du Dreck, jetzt liegt das Zeug da um Fuck Ja, das ist mit der Wegfindung Mhm Stattdass die Was ist das denn? Quasi Oh, die Zwerge Und die Zwerge Ich kann meinen Stamfen aufwörten Ich muss nämlich aufpassen, wenn wir das ganze Zeug haben. Soll ich es nehmen? Ja, das ist... Achso, das kann ich nicht. Du kannst das nicht alles tragen. Mhm. Du hast noch 13 Minuten Zeit. Mhm. Das war, glaube ich, weniger sein Hieb, was wie vorher. So, beide sind im Prinzip am Flüchten, aber im Wasser leider. Ja. Oh, ich kann es nicht. Und so, und so, und so. Okay. Hm. What is that then? Ah! Okay. Okay, meine Pfeile sind aus. So, ich komm schon in den Hang rauf. Mhm. So, ich komm schon in den Hang rauf. Mhm. Die Frist, was das Zeug hält, das darf ich wohl nicht wahr sein. Wo sind sie, die Mistviecher? Nix wird's mit dem Bettvorleger. So, ich bin im Weg in die Hülle. Scheiße, jetzt ist meine Armbrust Ex. Okay. Schild. Mach schnell, ich hab sie gut betäubt. Sie sind gerade irgendwie flüchtig, glaube ich. Aber meine Armbrust ist leider Ex. Gut. Ähm, ich glaub ich hab alles aus dem Inventor. Mhm. Ja, der schaut nicht mehr gut aus. Aber, ja, die saufen uns da drinnen ab. Ja. Sie will schmusen. Oder? Ja. Es ist eher höher. Es ist eher höher. Ja, schau. Ich wäre dann auch kapisierter als mein Kopf und da draußen. Mhm. Schade, schade, schade. Und bei ihr. Ich trau mich. Ich trau mich dann nicht weiter runter, weil ich glaub das war auch vorher sie, die mich erwischt hat. Okay. Okay. Oapp. Ja. Es h zijn. Ups, ist er. Die könnte, es könnte gute Chancen sein. Soll ich mal nachsehen? Nimm das Schild, nimm das Schild. Okay. Jetzt flüchtet sie. Ja, und das ist oft genauso. Okay, viel Lärm um nichts. Naja, er ist gerade gestorben. Ist halt die Frage, ob ich geschwind das Fell holen soll. Gut, da schieße ich gar nicht mehr mit den Narkosepfählen weiter, weil ich verballe da nichts Narkosepfählen. Schade. Schade. Schade, ja. Ja, ich weiß, ich bin ein Ei-Zapfel. So. So, ich erleg sie nochmal. Mhm. Ist recht. Schade. Schade, die zwei hätte ich gern mitgenommen, aber wie immer packt alles heran. Okay. Okay, was ist jetzt mit ihr? Ja, aus. Sie liegt. Sie treibt dann durch die Gegend. Okay. Mhm. Ja, das ist der Unterschied zum, wenn es narkoptisiert sind, bleiben sie an der Stelle liegen, dass du mit den Themen leichter tust. Und wenn sie, ah, warte, ich hab die, ich hab nicht, ich hab das Messer mit. So, das drauf, doch, da kriegen wir mehr raus. Okay. Jetzt holt sich das zumindest raus. Schau mal, wo ist es? Ah, warte, Inventar öffnen von den Bären. Ah, okay, aus. Bär gegangen. Okay. Auf das vergieße ich auch immer. Mhm. Da kommen nämlich ganz tolle Sachen. Ja. Die kommen. Ja, okay. Eigentlich ein cooler Pool. Warte mal, was ist da? Ah, da kommst weiter. Gibt's da weiter? Ja. Ups. Das schaut mir nicht aus nach dem... Ah, doch. Ja. Wer weiß, wo du da hinkommst? Es sollte ja einer der Zugänge sein für dieses, die Unterwelt. Mhm. Ist da etwas? Ah, jetzt ist es so. Ah, jetzt ist da weiter. Nein. Okay, dann ist das nicht der richtige Abgang. Okay. Mir ist schon bitter kalt und das Metall ist etwas schwer. Und da bin ich nicht sehr schnell. Die Bärenhülle. Hm. Ja, ohne dem Wasser wär's... Cool. 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 Aber... Ja, 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 ja. Auch unbedingt eine Wärmequelle. So. Was ist denn bitte? Das sind ja so an Metallsteine auch erinnern, gell? Ja. Ja. Jo. Schade. Schade, schade, schade. So. Was esse ich denn? Honig. Honig ist gut. Zum Essen. Ähm. Ich mache mir eine Stein Foundation und eine Wand, dann werde ich da auch wieder leichter. Oh, ich muss rauf. Ich schlieb sonst. Kalt. Mir ist auch bitter kalt, ich komme gleich. So. Jetzt könnte er da eigentlich schon langsam ein bisschen wärmer werden. Ja. Eine Fackel, die wird eigentlich gar nicht angerechnet. Schnell bin ich nicht unterwegs. Mhm. Und jetzt haben wir da noch Nacht. Ja. Ja, ja, ich lauf hier schon, Mädchen. Unser Rostner Kämpfe. Ja, bitte darum. Wo ist es? 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 Kämpfe, ja, hallo. Hüpfze. Och. Du, Lagerfeuer. Feuerstein und Stein fehlt mir. Okay. Da geht nichts. Okay, schau mal rein. Jetzt bin ich total überladen. Puh, mir fällt nichts gescheites mehr ein. Bei mir ist glöd. Na, nicht mit dem Honig zu messen. Ach so, weil ich gar nichts anhabe. Wo ist denn die Departee Eisenrüstern jetzt auch da? Weißt du nicht, ob die was bringt? In der Höhle wird das Häuschen angezeigt für eine Behausung. Und Behausung ist immer ein bisschen wärmend, gleich wenn du runter kommst. Ich schau mal, was fürs Kämpfeier mir fehlt. Ah ja. Genau. Nein, es hilft nicht. Ja. Okay. Warte mal, noch bei mir runden, aber ist egal. Ich schau mal, ob ich ein Kämpfeier machen kann. Da ist jetzt wieder eins. Ein big Kämpfeier, normales Kämpfeier. Ja, jetzt ist's aus. Was ist aus? Mit der Kälte. Ah, okay. Hm. Frisch. Du hast ein paar. Jetzt geht das Leben auch wieder rauf. Mhm. So, ich find das Kämpfeier gar nicht. Hallo? Ja, ja. Das ist ganz unten. Gut. Wie gesagt, mir fehlt der Feuerstein und 16 Stein. Ah. Wie viel Stein hast du? Ah ja, oben. Ich glaub, ich hätte mir was dringend am Stück. Ich hab bei mir 12 Stein. Okay, dann schmeiß ich da meinen raus. Aber jetzt passt sie schon, oder? Ich hab's bei dir aus. Ich hab das gerade ausgeschmissen. Licht, nimm dir. Nimm dir. Hm. Okay, jetzt fällt mir nur da eine Feuerstein. Ah, den kann ich da auch geben. Aber ich brauch's nimmer, also. Ach so, na ja. Wir sind ja da fertig noch. Okay. Ganz klar ist da nix. Es geht ja nicht weiter. Ich bin nur sehr langsam. So, jetzt müssen wir dann die Zeit wahrscheinlich auch erreicht haben, oder? Ja. Wir müssen noch eine Minute dazu. 41 km grad dann aus zwei Minuten. Wo du den Winkel variieren kannst. Okay. So. Ja, leider nicht viel passiert in dieser Höhle. Außer, dass wir zwei Bären erlegt haben, die wir eigentlich kämen wollten. Ja, schade. Aber gut. Ja, und die Höhle geht auch nicht weiter, oder? Was hast du denn das gesehen? Das ist da drüben. Das ist auch nur der Abgang. Da, wenn man runterkommt, ist gleich. Unten ist dann nur einmal der Abgang. Vielleicht ist das dann der richtige. So, überlege jetzt grad, wie ich das dann machen mit den beiden. Ich glaube, wir würden einen Stampfer hinten anhängen. So, das kommt wieder rüber. Folgt mir, ja, oder? Ziele entfernen. So. Ich habe 24 Pelze. Ja. Dann hängen wir den an. Da steigen wir auf. Passt. Gut. Wessen Ansage es auch immer war? Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Ja. Du weißt jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe beim Höhleneingang gesagt, das müsste jetzt die zweite, also du magst den Abschied. Okay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn sich nicht viel getan hat. Äh. Ja. Und schaut wieder rein, wenn Anduin und Tipa erneut versuchen, eine Höhle zu erforschen. Ciao. Tschüss.